Wir begeben uns jetzt auf die Spuren von Jacques Cousteau, den kennt wohl jeder, und machen einmal ein paar Unterwasseraufnahmen. Dazu habe ich eine Yacht umgerüstet, dass ich das durchführen kann. Schauen wir uns das einmal an. Ah nein, das ist doch nicht die Yacht. 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 Das ist doch nicht die Yacht.